Der letzte Step für unser Abend Make-Up sind natürlich die Lippen. Den Real Lip Lift wie einem Pflegestift auf die Lippen als Grundierung auftragen. Es füllt kleine Fältchen auf für langen Halt und eine glatte Oberfläche. Mit dem Color Perfection Lip Liner auf der eigenen Lippenkontur nachzeichnen, mit dem Herz oben und unten beginnen und anschließend mit den Seiten in kurzen Strichen bearbeiten. Zum Ausgleich kann man bis zu einer Strichstärke über die eigene Kontur hinausgehen. Zum Verblenden Stift querstellen und anschließend mit dem Pinsel den Übergang bearbeiten. Die Lip Color mit dem Expert Lip Brush von der Lippenmitte nach außen hin auftragen. Zur Fixierung und Mattierung eine Lage eines Kosmetiktuchs auf die Lippen legen und anschließend mit dem Powder Brush Fixing Powder auf die Lippen tupfen. Im Anschluss erneut Farbe auftragen. Diesen Vorgang kannst du bis zu dreimal wiederholen. Zum Schluss den High Shine Lip Gloss über den Lippenstift auftragen, um den Lippen mehr Volumen zu geben. Und das war es. Unser Abend Make-Up ist fertig. Wie du siehst, war es ganz einfach und herausgekommen ist ein ausdrucksstarkes Make-Up. Ich hoffe, du hattest Spaß und wir sehen uns dann demnächst wieder. Deine Sandra